Hey Leute, Remake hier. Heute wieder ein kleines Tutorial für euch. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr im Sumpf super einfach Polymer farmen könnt. Ich bin hier auf Fjordur, auf der Map und hier vorne im Sumpf. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, Dino mitzunehmen und nicht ohne Dino hier reinzugehen, denn da vorne läuft auch schon hier rechts von uns ein Kasper, äh, da, den meine ich da, der K-Pro. So, und der kann euch hier easy, boah, der ist weit gejumpt, easy auseinandernehmen, genauso wie Bersilos. Deswegen, ähm, ja, am besten nicht ohne Dino reinkommen, deswegen haue ich jetzt mal hier von ab. Aber hier seht ihr es vielleicht auch schon, hier liegen so Tierkadaver. Hier zum Beispiel ein kleiner Stego. Und die könnt ihr einfach entweder mit der Axt einfach farmen. Ich gucke gerade, dass der K-Pro hier nicht kommt, ah, der ist ja schon auf dem Weg da hinten. Einfach mit der Axt farmen, da seht ihr schon, ihr bekommt Polymer raus, oder einfach mit dem Dino abfarmen. Ähm, so, mit dem Maven geht das ziemlich gut, habe ich die Erfahrung gemacht. Da könnt ihr auch relativ schnell hier abbauen, der K-Pro ist schon wieder hinter uns da. Und wenn ihr dann zum Beispiel so ein kleines Dörfchen habt wie hier, ähm, dann sind die teilweise auch direkt im Dorf hier in kleiner Triceratops. Und die könnt ihr dann einfach so abbauen. Und ihr seht schon, es bringt echt ordentlich Polymer. Wenn ihr hier einmal den ganzen Sumpf abläuft, dann bringt das schon einiges. Ich jetzt levelt das in der Spino da hinten. Okay. Ähm, die spawnen meistens halt am Wasserrand, wie ihr seht. Hier sind, oh, hier sind sogar zwei auf einmal, da lohnt es sich dann richtig. So. Also relativ easy abgefarmt. Ich würde mir nicht die Mühe machen und die alle per Hand farmen, weil ich glaube, das ist einfach im Sumpf halt zu ätzend. Wenn ihr da hier einmal vom Dino geholt werdet, dann ist es halt echt ekelhaft. Aber, ja, ihr müsst einfach hier diese ganzen, äh, den Rand am Wasser ablaufen. In den Dörfern könnt ihr, wie gesagt, auch, ähm, könnt ihr auch, wie gesagt, einfach mitten im Dorf spawnen hier. Da können sie auch mitten an Land spawnen, aber in der Regel spawnen die dann irgendwo am Wasserrand, am Ufer. Schauen wir mal, ob wir hier noch was finden. Hier sind auch noch Plant-X-Seeds. Jetzt gerade sind hier tatsächlich relativ wenige eigentlich. Ah, hier ist wieder einer. Hier ist wieder ein Triceratops. Also ihr seht, die sind eigentlich immer direkt an Land. Ähm, und die könnt ihr dann einfach abfarmen. Ich gehe jetzt hier mal eben raus, um das Video zu beenden. So. Ähm, aber ja, ist eigentlich, wie gesagt, super einfach. Kann ich euch empfehlen. Ähm, ja, so kann man auf jeden Fall super easy und schnell ein bisschen Polymer farmen. Aber ja, das war es dann auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst wie immer gerne ein Abo und ein Like da. Falls ihr irgendein Tutorial hier noch nicht gesehen habt, was ihr gerne sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.